Heute geht es um einen wahren Klassiker für alle Kaffeeliebhaber da draußen. Wenn du auf der Suche nach einer einfachen und traditionellen Methode bist, um einen aromatischen Espresso zuzubereiten, dann bist du hier genau richtig. Hochwertige Bohnen bieten eine Vielzahl von Aromen. Ob fruchtig, nussig oder schokoladig, die Möglichkeiten sind endlos. Die Herkunft der Bohnen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die richtige Kombination aus Qualität, Aroma, Herkunft und Röstung verwandelt deinen Espresso in ein Geschmackserlebnis. Stelle sicher, dass der untere Teil des Espressokochers bis knapp unterhalb des Sicherheitsventils mit frischem Wasser gefüllt ist. Nur um ganz sicher zu gehen, dass du weißt, was gemeint ist, das hier ist das Sicherheitsventil. Herzlich Willkommen bei Wie man macht. Vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So bleiben wir immer informiert, inspiriert und vernetzt. Der Mahlgrad beeinflusst die Extraktion und somit den Geschmack erheblich. Für deinen Espressokocher wähle einen feinen Mahlgrad. Zu grob gemahlen und der Espresso ist wässrig. Experimentiere, um den perfekten Mahlgrad zu finden und denke daran, jede Bohne ist anders. Nur die frisch gemahlenen Bohnen erhalten das volle Aroma und die Intensität für einen maximalen Genuss. Luft, Licht und Feuchtigkeit beeinträchtigen den Geschmack. Einmal gemahlen beginnt der Oxidationsprozess. Der Espresso verliert ab jetzt jede Sekunde an Qualität. Investiere in eine gute Kaffeemühle, falls du das noch nicht getan hast. Ich habe das Wasser erst zum Kochen gebracht und füge dann erst das frisch gemahlene Kaffeepulver hinzu. In der Videobeschreibung gebe ich dir einige Empfehlungen. Wenn du möchtest, kannst du es dir gerne ansehen. Kaffee hat mehr zu bieten, als nur seinen köstlichen Geschmack. Moderater Kaffeekonsum kann tatsächlich gesundheitliche Vorteile bieten. Ein morgendlicher Kaffee kann die geistige Wachheit und Konzentration steigern. Aber wie bei allem sollte der Konsum im Maßen erfolgen. Und jetzt, meine Freunde, ist der magische Moment gekommen. Das Wasser wurde erhitzt, der Druck hat den Kaffee durchströmt. Das Ergebnis ist ein vollmundiger, verlockender Espresso, der nur darauf wartet, in deine Tasse gegossen zu werden. Ein Aroma, das die Sinne erweckt und ein Geschmack, der unsere Herzen hört. Ein kleines Gerät mit einer großen Mission. Genieße jeden Schluck ganz bewusst im Hier und Jetzt. Wenn du Kaffee trinkst, gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Wie man macht, findest du auf YouTube und Telegram. Bis dahin! Vielen Dank.